Ähm... Doppelkick? Weiß nicht. Kann man machen. Draußen fährt ein Trecker lang. So langsam kommt wieder die Zeit. Ein Rettan? Nö. Ähm... Bearbeiten wir auch mit Doppelkick. Sieht nicht so viel ab. Lustig. Das ist ein Überblick. Jo, mach du mal. Ach jo, das... Das ist nervig. Oh, das ist gut. Sehr schön. Zubat. Nö. Ich bleib bei Alex. Ähm... Doppelkick? Oh. Das ist nicht so geil. Alex ist verwirrt. Alex hat sich vor Verwirrung selbst getroffen. Oh. Nice. Eiskalt erwischt. 210. Okay. Ich bin Nummer 4. Wirst du müde? Ähm... Göra möchte kämpfen. Ein Taubsi. Level 16. Ich wechsle immer wieder. Alex! Ich kann euch mal die anderen machen. Weil die anderen sind noch Level 17. Äh... Hornattacke. Das war eben bei Flug-Pokémon ganz gut. Ja. Ja. Könnte man sagen. Könnte man sagen. Sehr schön. Nidoran. Und... Ja. Jetzt wechseln wir zu Smetbo. Oder? Hm. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier so ist. Es ist okay. Ja. Jetzt zieht beides gleich viel ab. Habe ich vorhin nicht schon mal so... so ein... Kampf gehabt? Ein... Kampf? Ich hab irgendwas falsch gesungen. Vor allem gesungen. Bitte. Please. Yes. Waren das beide jetzt schon? Ja. Das ist ja geil. Ich habe auch verloren. 42. Obwohl wir haben noch... Smetbo heißt Smetbo. Ja. Ich bin Nummer 5. Ich mache dich fertig. phahtfinder möchte kämpfen. Ein Pokémon. Ein Manki. Level! 18. Machen wir mit Smetbo. Smetbo! Karate Schlag! Hallo, ich bin ich. Können wir den einschlefern? Ja. Nice. Okay, äh, Konfusion. Sehr gut. Pennt immer noch. Sehr gut. Der Bereich Level 14. Das war zu viel des Guten. Ich hab den grad weiblich gesprochen, aber egal. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Ein Carpador. Ne, ein Nugget. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket? Wir müssen abgeschüttet werden. Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Das war so klar, dass der mit uns nochmal kämpft, ne? Ja. Der ist 15. Möhm. 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 Nix. Rittl. Wickel. Rittl. Kann man bei dir Schlafpuder? Ja. Schön. Konfusion. Ah. Fast. Schläft immer noch. Schön. So. Das zweite müsste dann wieder... Smogon... Smogon müsste es... Oder Smogmog? 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 Zubart? Okay. Äh, nö. Ah, ich weiß nicht, ob man das ein... Ich glaube, das kann man nicht einschläfern, oder? Doch. Ich stelle es mir dann gerade so vor, wie es am Fliegen ist. Nur am Flattern. Und dann schläft es ein und fällt einfach auf den Boden. Das ist so billig, was ich hier mache, ne? Ist aufgewacht. Ehehehehehe. Das hat ihm aber nichts gebracht. Tja, ja. Svetboe reicht Level 18. Sehr schön. Svetboe versucht Superschall zu erlernen. Aber Smogmog kann nicht mehr als vier Attacken erlernen. Es soll eine andere Attacke zugunsten Superschall vergessen werden. Superschall ist Gülle. Superschall nicht erlernen, ja. Okay. Wah, du bist gut! Bei deinem Können würdest du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss werden. Okay, wir gehen nochmal zurück. Ins... Poké Center. Äh, da. Lassen wir uns nochmal heilen. Und in der Zeit hole ich mir... Äh, Dings. Ich hoffe, ich bin... Vielleicht wieder noch. So, ich muss mir jetzt so merken, wo das war. Irgendwie bei 25 Minuten. Ich reiß mir mal grad so ein Stückchen hier ab. Iiiiih. Ah. Hau. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter da oben lang. Wow. Mhm. Mhm. Es ist gut. Mhm. Mhm. So. Äh. Was haben wir denn hier? Okay, da will ich nicht lang. So, müsste nix. Ich kann einfach kein Pokémon trainieren. Ich habe mich nicht gut genug um meinen Glumander gekümmert. Verspricht mir gut, für Glumander zu sorgen. Dann gebe ich es dir. Oh Gott. Ähm. Du Mann, dein Team wäre schon sehr geil, ne? Hm. Ich bin's dann überlegen, wie ich bin nennen soll, aber... Hm. 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 Oder? Jetzt hat's gar keinen Namen bekommen. Kühl mir dich gut mit dem Glumander. TM45. Was ist denn das? Donnerwelle. Hat doch schon Pikachu. Ja, ich bin hier gerade noch ein bisschen mit meiner Waffe beschäftigt. Ja. Hm. Dann gehen wir mal hier links runter. Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras heraus beobachtet. Ach so. Die Vorstellung da drüben. Hm. Ich seh mal wieder... Äh. Ach man, warum geht das hier an denn alles daneben? Das ist doch mega asozial. wow heftig der muss leveln ich würde mal gerne wissen welches level das glumann der hat nicht verliefen Gut. Oh nö. Ganz schnell gewechselt, ne? Und ich hole mir grad schnell noch ne Fanta. Ganz schnell. Und ich hab gehört, es ist nie mehr. Ah, ne. Die Silberblick hat's, glaub ich, gemacht. So. Das ist heute eine sehr lustige Aufnahme. Elton wurde besiegt. Ich hab wohl doch nichts gesehen. So. Wir gehen mal hier durchs Gras. Oh, ein Duflor? Ein Myraplar? Was ist denn ein Duflor? Das ist, glaub ich, ne Weiterentwicklung davon. Ich will das Myraplar haben. Nicht töten. Okay. Absorber. Wie viel? Zwei? Oh. Ja, das war klar. Ist okay. trampes. Stance. Nee. Ent��� schon mal die Deste�라. Eingix. Delyn. D intrinsic Familition. Söger게. Ausstattieren. Kind is gut. Es ist so wichtig. Oh nein! Ein decía,ional. Entplを etwasが你ґめる dynam Kendall. Man. Boasen. Daher. Weán. Hartle. Oh. Oh. Vielen Dank.